Hier was. Alles 57er raus jetzt. Auch die Waffe. Die Waffe und die Munition, genau. Halbe Waffe kommt. Müsste rein theoretisch geladen sein. Ja. Achtung, Munition. Ähm, Markus? Hast du? Ja. Das Lot... Das Lot von... Von der Armbrust. Ist das ne große oder fürs Gewehr? Ist alles. Große. Große. Ja, fürs Gewehr oder für eine Pistole. Also fürs Gewehr. Tanja, was wär dir lieber? Hast du für beide Pfeile? Für beide Sachen? Ja, für beide. Dann würd ich sagen, Juli nimmt jetzt auch einmal einen Bogen und du die Armbrust zum Beispiel. Der Bogen geht etwas schwieriger zum Laden, find ich. Geh, Markus? Ja. Also gib ihm den Bogen und die Pfeile für den Bogen. Es gibt ja zwei unterschiedliche Pfeile. Die passen sowieso nicht miteinander. Super. Was? Für den normalen Bogen hab ich nur einen Pfeil. Das macht nix. Mit dem Rekursbo... Die Armbrust. Und hast du zwei Bögen. Ich hab den normalen Bogen und ich hab die Armbrust. Ja, du nimmst die Armbrust und Juli kriegt die im Bogen. Von dir. Da hat er nämlich auch was Großes und was Kleines. Ach du, Juli. Und du wirfst dein Gewehr weg mal, Juli. Hast du? Ja. Ihr müsst jetzt da schon vier Schuss haben, jetzt krieg ich nochmal drei Schuss von mir. Aber denk doch, nicht deine Pfeile wegwerfen, ne? Ich hab nur einen. Ah. Hast du? Ja, ja. Okay, fertig. So, Juli, du hast jetzt keine Waffe mehr, ne, Tanja? Außer diese kleine, mickrige Person mit 9mm, ne? Da war keine Regen. Ja, wirf sie weg, weil 9mm braucht Markus. Markus? Ja. Also weg damit. Ja. Okay, Tanja, jetzt zu mir. Jetzt geht's los. Und zwar zack ich. Ich hatte 22 Rounds. Ja, die krieg ich hier wieder. Lass sie noch drinnen bei dir. Halt. Alter, du kannst... Warte! Du kannst mit der Taschenlamm schlagen! Und zwar mit Tee! Oh! Nice, oder? So, trotzdem weiter jetzt. Ach so, Tanja. Wo sind die 22 Rounds? Willst du sie haben? Ja. Natürlich, weil ich sie auch. Ja, gefragt hast du gesagt. Nein, Achtung! Ja. Okay, also jetzt geht's los. Jetzt kriegst du von mir. Haltet mal kurz Wache. Ach, als erstes Pistolenslot frei haben, Tanja. Okay, zack. Hier ist sie. Okay, jetzt geht's los. Jetzt wirst du reich. 7. 14. Hast du? 21. 28. Reicht um den 2. und 3. Weltkrieg anzufechten. Hast du? Und gleich hochziehen in den ersten Slot rein. Hast du schon? Aber wer? Ja, ja, ach ja, der ist ja geladen Wesen. Okay. Okay, das haben wir jetzt. Ähm. Die werfe ich jetzt raus hier. Hat jemand die 30 Rounds? Nein, 30 hat niemand. Nein. So, Tanja, weiter. Nee, noch nicht. Auch raus. Okay. Alles fertig. Jeder hat jetzt Waffe, Markus. Ja. Okay, ich habe jetzt 63 Schuss, 9mm. 9mm, genau. 63 Schuss. Keiner hat 9mm mehr. Entschuldigung, hat die 53. Auch immer die leeren Magazine. Nein, nein, brauchst du nicht. Immer einen aufheben. Ein Magazin für deine Waffe. Wegen Wechseln. Aber Magazine, wo du gar nicht hast, brauchst du nicht. Okay, jetzt sind wir alle ausgerissen. Ja. Okay. Ähm. Wollen wir's? Hier drüben rein. Zelt. Und die drei Dinger da. Und das erste andere Zelt mal nehmen. Ich geh mit Julien rüber, du nimmst Tanja mit. Ja, das ist nur ein Gehege hier. Ist das der Tanja hier oder ist das schon hier? Ich bin's. Ich habe hier einen Bogen orientiert. Ja, das bin ich. Ich war halt hier draußen Ausschau. Ich war hier draußen Ausschau. Rucksack? Riesen? Ne, ne, kleiner. Aber, ja, braucht kein Mensch, oder? Wir sind alle ausgerüstet. Ja, stimmt. 3er. Smokegranate habe ich Geld, wenn wir mal fliegen müssen. Ach, tschuldigung. Ach, tschuldigung. Ach, tschuldigung. Ach, tschuldigung. Tobi. Ja, das gibt schon wieder nächste Munition für die 45er. Also, du kann jetzt schießen. Einfach mal aus Lust und Talerei. Und der Julien Boric 3.57er, merkt euch das jetzt. Jetzt kommt mit euch keiner mehr ein Gehege. Anti-Raid-Pilz hab ich gefunden Ich hab 30er Rounds Wer hat das, Markus? Noch keiner Aber die hat, glaub ich Komm, Julien, komm mal bitte zu mir Hallo, bist du? Hier in diesem Zelt Ja, genau, komm mal rein Da hab ich noch was für Tolles Hier oben Kannst du noch mit... Okay, komm mal raus Ich hab ein 10er Magazin Tanja hat auch ein 30er Magazin für dich Ja, jetzt, warte, warte Ich muss kurz, äh Ja, das kannst du gleich oben reinziehen Achtung 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 Okay, Tanja, du hast auch ein 30er Magazin Achtung, Julien Kannst du ihm auch geben Jetzt hat er nämlich auch noch ein Gewehr Dann kann ich dir eigentlich den Bogen hier zurück Ah, ich kann's gerade nicht mitnehmen, warte Ah, warte Essen Einfach mal kurz das Essen Jetzt, okay Wenn's mal ein bisschen länger dauert Einfach mal kurz das Essen Scheiße, liegt ein Shotgun, aber keine Patronen, Markus Was heißt das? Das ist einmal hier schon jemand, ja Hat die nicht gebraucht, nur die Patronen, ne? Eigentlich nicht Da hießen Der hat nur sieben Schlüsse Meiner Shotgun Ja, dann Dann kannst du eigentlich den Bogen wieder der Frau zurückgeben Wenn du, oder ist es eine Pistole, was du da aufgesammelt hast, Entschuldigung Ist das was ein großes oder ein kleines Lot? Diese 30er Äh, warte Falsch Wenn man hier kein Gewehr trägt, kannst du ihr den Bogen zurückgeben Okay Dann ist er Da Okay Ja Und dann noch die Pfeile Markus, wo steckst du? Ah, da, okay, ich seh dich Ja Woher müssen wir hin, Markus? Da drüben, in das nächste Gehege, guck kurz rein Äh, die anderen sind noch im Bogen drinne Ah, okay Dann ist das nächste Gehege rein, Sammy Das große, da ist doch nichts, oder? Ah, ja, stimmt Ach, sind hinten Zelte Also Garagen Okay Auch über den, du kannst mit dem Gewehr zuhauen, Markus Geile Titte, du Mit Tee war das, ne? Ja, Tee, Alter Das schlägt er mit den Bolzen Das ist gut, wenn die mal leer ist, Alter Oder gegen Zombies, einfach mal nur Hä? Äh, vorne ist ein Eingang Was ist das noch im, im, im Ding, Visier, Markus? Nur alles im Visier Hier wird's weniger Hier ist nix mehr da nicht Ich möchte was zu essen Ja, ich hab Kriegt denn der das ganze Essen hier jetzt nochmal? Ja Er, er, er kocht heilig Ja, aber echt du? Oh, Basie Brauchen wir einen Basie-Schläger? Äh, nee Äh So, wo seid mir? Ah, da hinten, okay Ich bin hier Warst du in dem Haus, nee, oder? Nee, auch gar nicht Entschuldigung, du kannst schon reingehen Okay, dann geh ich jetzt rein Heide, du warst nächstes Haus, wenn du möchtest Ich hab übrigens sechs Bandagen Ich hab zehn Ähm, ja, pass mal auf hier Ich hab hier Ich hab fünf Ich hab eine mit Alkohol getränkt Kann die jemand noch nehmen? Äh, bei mir ist knapp Okay, ich hab ja normale Bandagen noch Kann die auch jemand nehmen? Ja, ich hab genau zehn Ja, er kann ja eins notvoll machen Ich hab genau zwei Voller, zwei Fünfer Ja, ich hab nur einen Fünfer und, äh, halt eine einzelne Dann kannst du den dann mehr rein tun, hast du das Zweite, ja Richtig, oder du gibst sie mir, Jolien, dann hast du mir jetzt ein bisschen Platz Ja, kannst du mit, nee Ich hab Shotgun gefunden Was ist? Okay, Jolien, gib mir mal die eine Bandage her, ne? Okay, ja Weil ich kann ein bisschen was tragen, deswegen Okay, hast du einen Platz drei? Ja, brauch ich die Karte Super Was, Karte? Ja, brauch ich die, nee, oder? Nee, schmeiß raus Okay Jetzt mal gucken Mal kurz in dem Tar aufräumen Okay Also von den Trinkflaschen, ne? Brauchst du nur zwei eigentlich Am besten sind die zwei schwarzen Das sind die größten Also ich hab eine schwarze, eine grüne Und dann halt noch so eine ganz runde Hä? So eine Plastikflasche, ne? Was ist das? Nee, ich war in den Brostmagazin Nee, nee, ganz normale Kantine Achtung hier Achso, ja, die kann wegschmeißen, Entschuldigen Trinkst hier und dann schmeißen weg Okay Hier? Ja, komm Mach du? Ja, mach dir doch einen Schuss Also die schwarzen sind am besten die schwarzen Ich hab noch eine schwarze vorher hier drinnen gesehen Warte Äh, wohin die Küche war? Das glaub ich Nein, das Bad Ja genau, hier Okay, dann hab ich jetzt zwei schwarze und eine grüne Okay Okay, und irgendwann kannst du die grüne wegschmeißen Dann hast du zwei schwarze, dann passt das Die reichen locker aus, weil die schwarze macht dir volles Leben wieder Ja Okay, seid ihr fertig? Äh An der Maschnerin Beides auch oben? Ja Okay, nicht hoch Dann geht's hoch hier drüben Hä? Auf der einen Seite hier Ja, dann guck halt nochmal oben, weil ich hab den Eingeln zu oben nicht gefunden Aber jetzt hier bei dem Haus hab ich's gefunden Okay, ist ja dein erstes Haus muss auch noch hoch, ne? Oben liegt das meiste Zeug Oder auch nicht Direkten Reingucken, nicht vorbeilaufen, manchmal liegt das drinne Ja, äh Whisky Mitnehmen, ich darf ihn trinken, du nicht Sagt mehr So, in der Endzeit ist mir alles egal, hauptsache Alkohol Ja, ich hab ihn jetzt genommen, hatte Durst Ja, ich hab ihn jetzt Recht, kommst rein, links gleich, immer links Da hinten ist noch Da hinten ist noch Da hinten, nein, noch weiter Da hinten in die Ecke laufen Jetzt ist noch mal ein Hammer, aber Wo man ja nicht Handschuhe Nee Kein Zombie-Rendierung? Ach, das wohne ich auch Ohja Bist du schon in dem Haus gewesen, hast du hier hinter dir? Nein, noch nicht, noch nicht, ich bin gar nicht Acht immer noch drauf hin Yes Okay, da ist jemand, dann geh ich hier hin Das ist glaube ich ein Durchgang, ist das ja Ja Alter, das ist voll leer, alles hier Also hier waren auf jeden Fall schon Leute Weil hier ist normalerweise voll hier oben Dann sollten wir schnellstmöglich mal die Zelte vorn abklappern, ne Ja, die sind dann schon durch, ne Lass uns ruhig die Häuser noch schnell machen Ja, oder willst du dir begegnen die Leute? Wir sind kaum gewaffnet hier, wir beide Und wir vier Ja, eben, das lege Äh, äh Okay, dann geh ich hier hin Okay, einer fehlt noch Wir gehen in die Stadt rein, oder? Und deine Frau fehlt noch Wo sie denn? Naja Ich geh ins nächste Mal, bis hier Ja Also die Reihe habt ihr fertig? Die ist fertig, ja Kannst du rein und kannst links nehmen Äh, links-rechts nehmen, sag ich, tschuldigung Der ist links drin Da ist zu Musst du anklopfen Da ist auch zu Auch zu Zu Hier ist auch So So, der Hier ist nix Gar nix, du Was, O? Ein Plan für ne Plattform Ah, das ist schon mal gut Ja, hab ich gerade mal gelesen Das heißt, man kann gar nicht so bauen, wenn man das nicht gelesen hat, ne? Ja, doch Na, so kann man schon bauen Okay, Max, also hier die Häuser sind absolut Null Kann das sein, das ist Helbert, oder? Ja, ja Okay Ah, seid schon so weit vorne, ne? War hier jemand drinnen, hier drüben? Hier? Ne, ne, deine Frau ist immer auf der Seite, auf der rechten Seite gewesen Und Juli? Juli, kannst du das nächste linke Haus nehmen? Hier? Ja Okay Damit dein Haus so durchreiche, naja Ja, ich bin in... es sind zwei Dinger, genau Oh Oh Oh, Bandage Das kann der Juni, Juni gleich wieder nehmen, weil der hat noch ein Slot offen Ne, hab ich Ich hab noch, ich hab einen zweiten Slot genommen Ah, okay Ja, ich hab jetzt noch ein Fünfer Gummidildo? Na, scheiße Alles egal Nimm mit Wenn die mit alles mit ihr dann überlegt, dass sie sich und wundert sich wieder Dann schmeiß ich alles wieder raus, richtig Das ist gut, oder? Ja, wenn's drauf ankommt, dann sagst du keine Zeitung rausschmeißen Ach, so negativ, wo hast du das muss her? Ich versuch nur zu überleben Du, echt, ich würd mir Karren hinterher ziehen, ich wär fett der Mäßchen Also, hier gibt's viele Hosen, aber nichts anderes Denk doch nur an du, ich denk doch nur an dich, du musst deine Schweiß mit so auf Du musst laufen wechseln, ich hab jetzt die ganze Hölle mitgebracht Wo ist die denn? Mal, was komm' ich hin? Hier, hier, komm' alles weg Hier, hier, komm' alles weg Noch zu her, gell' geiler Achtung, die sieht viel geil aus, hör' immer viel besser auf dich Warte ich mich weg ist die gleiche Nö, Guck mal. Nein, den zieht man ihn gar nicht mehr. Guck mal hier noch mal. Guck mal hier haben wir noch jemand zu gefunden. Wo ist deine Frau noch im Haus, warte mal? Eine Frau noch im Haus. Das ist hier, das geht nicht. Meine, ja meine. Guck mal ob die Patronen dabei sind. Meine Patronen. Ja, Alter, da musst du die holen, das sind meine. Wo bist du? Mach mal Lichtzeichen. Letzter Haus? Hier? Also ich bin schon mal in Zelten. Ja. Auto, Auto, Auto. Tanja, hierbleiben. Entschuldigen, zurück. Licht aus, Tanja. In das Auto. Ich hoffe, wir sind im gleichen Haus. Da oben auch. Ich hoffe, wir sind im gleichen Haus, Margo, Tanja. Das, wo seid ihr? In meinen Häusern, Entschuldigen, meine Häuser. Entschuldigen, hier drüben. Hier, Entschuldigen, hier. Wo? Eiger. Welches Haus besitzt du? Also erstes Haus, zweites Haus? Ich bin das erste von Dian. Okay, Entschuldigen, um die Ecke. Warum ist Tanja nicht hier? Okay, ich bin da. Ich bin mit drin, sehr wenig bei dem Haus. Scheiße, Tanja, wo ist Tanja? Warte, 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 Tanja, komm raus, schnell. Meine Shotgun, die braucht die. Ich komm zu dir, Tanja, ich komm zu dir, Tanja. Gut, Achtung, Tanja. Okay, schnell raus. Ja, beeilig. Wo seid ihr? Verschanzen! Vorne, 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 vorne. So, hier verschanzen. Nächster Eingang, hier kommt. Hier rein, alle Mann rein. Ja, rein, Entschuldigen, hier rein. Ja, genau, hinten dran. Ich und Markus hier auf der Seite. Markus, warte vor. Ja. Oder Tanja, du gehst weiter vor, sonst schieße ich dich. Nein, nein, an der Ecke, da, wo du Fernsehen stehst. Genau da bleibst du stehen. Alle Mann den, alle Mann den Eingang bewachen. Ja, ich zähle direkt. Tanja, nimm mal eine Waffe. Warum machst du jetzt Hände hoch? Äh, 1, 2, 3, 4 sind was. Immer F4 drücken dann. Nein, 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 soll ich... Nein, dann raus. Und die 1 oder 2 drücken, genau. Zielen. Ich sehe keine Waffe. Ja, zielen. Auf rechtsklick, Maus. Komm aus dem Fenster. Rechtsklick, Maus. Machst du X, drücken, wenn du ein kleineres Ziel bist. Genau, und jetzt ab zur Tür hin halten. Haben die uns gesehen, Markus? Auto, komm wieder. Ja, okay. Was fährt noch rum? Okay, habt ihr alle die Tür im Visier? Ja, ja. Ja, ich bin hinterm Tisch. Aber wir haben zwei Eingänge, Markus, oder? Nein, das ist ein Eingang. Ja, sehr nice. Ich bin an der Küche, bin ich hinten. Aber auffassen, dass man euch nicht auf dem Fenster sieht. Okay. Also, hängt ihr uns halt das Fenster. Ich trink mal schnell was. Ich auch schnell, weil ich hab 40%. Ja, bei mir ist fast alles voll. Okay, okay. Das ist immer gut. Dann ist die Werbung nicht von mir gekommen, aber ich hab zwei Patronen gekocht. Der neben da. Nee, nee, null. Das ist der Markus. Ich höre ja. Da liegt was in Spinn, gell? Bei Markus, ne? Oh. Bei Markus. Nicht, bevor wir laufen. Mach keinen Scheiß. Ja. Markus ist schon dran verreckt. Da liegt was in Spinn. Da liegt was in Spinn.